Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 19. April. Heute dabei SkyGo, Elektromobilität, iSettle, Amazon Prime und Google Maps. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber wir haben ein paar News an Bord und fangen wir mit SkyGo an. SkyGo, die haben jetzt endlich eine App für das iPhone mit iPhone X Support. Tja, unglaublich, aber es gibt immer noch genügend Apps, die das iPhone X nicht komplett unterstützen und SkyGo ist eine davon gewesen, obwohl sie sogar ihr letztes großes Update im Februar hatten mit komplett neuem Design, aber da eben nicht fürs iPhone X. Naja, man sagt gar nicht iPhone X, man sagt iPhone X, aber ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ja, jedenfalls, jetzt gibt es die neue Version 7.5, die kann man im App Store runterladen und zusätzlich unterstützt das iPhone jetzt auch die Möglichkeit, dass man Videos weitergucken kann. Sprich, man hat diese eventuell woanders geguckt und kann sie an der gleichen Stelle auf dem iPhone dann auch weitergucken. Schöne Sache und iPhone X Unterstützung war eh überfällig. Nächstes Thema, Elektromobilität. Es gibt eine neue Studie und die zeigt, dass auch 2018 China und Norwegen die großen Nationen sind, die das Thema vorantreiben. Also in China wurden nämlich im ersten Quartal diesen Jahres 142.000 E-Autos verkauft und das ist ein Plus von 154%. Bei den Neuzulassungen entspricht das damit einer Steigung gegenüber dem Vorjahr von 0,8 auf 2%. Und in Norwegen, dort wurden zwar nur 16.181 Elektroautos verkauft, aber ist ja auch ein weitaus kleineres Land. Viel interessanter, das ist übrigens 20% mehr als im Vorjahr. Viel interessanter ist aber der Anteil an den Neuzulassungen und das sind nämlich jetzt 74,9%. Und das ist praktisch die Hälfte. Also jedes zweite Auto in Norwegen ist ein Elektroauto. Das ist schon echt ein Wahnsinnswert und da müssen die anderen Nationen wohl nachziehen demnächst. Also das sind die Treiber und in Deutschland, ja, da geht es nur langsam peu a peu voran. Aber gerade durch den Dieselskandal ist da auch ein bisschen mehr Traktion drin als sogar erwartet. Falls ihr euch Details durchlesen möchtet, der Link ist natürlich in den Shownotes. Und wenn wir gerade bei Norwegen waren, bleiben wir einfach mal in Skandinavien, denn von dort kommen ja iZettle oder iZettle, wie man es auch ausspricht. Das war ja ein Anbieter, mit dem man, also der schon lange dabei ist, mit dem man mit einem Dongle eine Kreditkarte an einem Telefon annehmen konnte. Man hat sich unten auf den Kopfhörerausgang so einen Dongle drauf gesteckt, wie das amerikanische Vorbild von Square, und konnte dann die Karte reinstecken, durchziehen und somit Geld akzeptieren. Die haben ja auch immer weiter expandiert mit anderen Gadgets, in Anführungsstrichen, um Karten zu akzeptieren. Und die wollen nun noch weiter, denn die launten jetzt eine E-Commerce-Plattform, auf deren Basishändler dort ihre Waren einstellen können und diese dann online verkaufen. Und davon bekommt iZettle dann als Transaktionsabwickler auch wieder ein Fee und damit finanzieren sie sich. Also ganz spannend, die haben halt erkannt, Zahlungen annehmen, das ist nicht die Zukunft. Das können mittlerweile viele und sie müssen sich einfach ein bisschen weiter, ja, aufstellen. Entschuldigung. Nächstes Thema, Amazon. Amazon Prime, die haben jetzt die magische Nummer von 100 Millionen Nutzern erreicht, weltweit. 13 Jahre, nachdem der Dienst in den Staaten gestartet ist und damals ja auch nur Free Shipping hatte, hat er ja mittlerweile, wissen wir alle, Video und diverse andere Dienste an Bord, aber hat jetzt endlich 100 Millionen Nutzer weltweit. Also eine beeindruckende Nummer, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Und mal gucken, wie es weitergeht. Denn, ja, es sind ja noch ein paar Länder, wo Prime noch gar nicht verfügbar ist und ich glaube, die Reise ist da noch nicht vorbei. Und das letzte Thema für heute, Google Maps. Die haben jetzt beschreibende, ja, Navigationsanweisungen. Das ist echt eine spannende und gute Sache, wie ich finde. Das ist ähnlich so, wenn ihr jemanden nach einem Weg fragt, dann bekommt ihr auch nicht erklärt irgendwie. An der und der Stelle dann rechts, dritte Straße nochmal links oder natürlich berühmt jetzt auch erklärt, aber oft wird halt auch gesagt, du, da fährst du einfach die Straße entlang und dann am McDonald's links. Und genau das hat Google Maps jetzt auch als Feature. Denn es beschreibt dann eben nicht nur Turn right on the next corner, 7th and bla bla bla, also in den USA, sondern sagt dann Turn right at the Burger King. Und das ist ja für viele weitaus einfacher und schneller zu greifen als, ja, wirklich eine reine normale Navigation. Denn an solchen Orten und Läden kann man sich ja viel einfacher orientieren und die sieht man oft auch vom Weiten auch schon. Ja, ihr merkt, meine Stimme geht zu Ende, von daher... Entschuldigung nochmal für den Huster. Von daher, für heute war es das auch. Ich hoffe, morgen bin ich ein bisschen fitter und dann geht es weiter mit dem Geek Talk Daily. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.